Im Everhaus bringt der Wechsel die Würze. Eddie ist dafür wie geschaffen. Frei nach dem Motto, mal hart, mal zart, verpasst der Leitwolf eben vor allem Katrin gerne Kneippkuren für die Nerven. Die war vorhin ganz schön sauer. Ja. Katrin, die hab ich ganz schön sauer gemacht. Was soll ich als erstes? Ja, die hat nicht mehr mit Migrägen. Katrin, was da? Hast du alles? Ich hab alles, danke. Gut. Katrin, du bist hier gut! Oh Mann! Ey, weißt du, hier wird's sogar bestraft, wenn jemand fragt, ob's ihm gut geht. Sachen sind's ja los, meine. Na? Na? Eddie, bald haben hier alle schlechte Laune, nur du bist super drauf. Das kann sein. Katrin, du bist ne Nummer, du. Das muss Eddie gerade sagen. Doch ständige Streiche auf Kosten der Brillenschlangen werden schnell eine Nummer zu groß. Ich hab hyperfcience und das ges hagro medals gemacht. From Dos Michos zu einem anderen zu Havingerst einigen. Ich habe ein sehr genau? Was istENScht. wo ich alles? geschências.